Musik Herzlich Willkommen meine Damen und Herren zu einer neuen Ausgabe des Club 3. Hier bei uns im Kurier-Medienhaus, eine Diskussionsrunde mit Kronenzeitung, Kurier und Profil. Zu Gast ist heute bei uns Florian Turski. Er ist in der Regierung seit wenigen Wochen für die Digitalagenten zuständig. Herzlich Willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Aber er ist auch Tiroler. Wir werden auch ein bisschen über Tirol reden, natürlich über den Zustand der Regierung, über den Zustand auch natürlich der ÖVP. Sie waren früher Büroleiter bei Landeshauptmann Günter Platter. Einer jener drei Landeshauptleute, die ja in den letzten Wochen zurückgetreten sind. Herzlich Willkommen noch einmal. Vielen Dank für die Einladung. Erich Vogel von der Kronenzeitung und Clemens Neuhold vom Profil stellen bei mir die Fragen. Und Herr Staatssekretär, Sie haben uns quasi eine bisschen eine journalistische Auflage heute früh geliefert. Heute früh wurde bekannt, dass das berühmt-berüchtigte, möchte ich sagen, Kaufhaus Österreich, geschlossen wird mit 1. Juli. Das haben Sie veranlasst. Das Kaufhaus Österreich, vielleicht werden wir es noch einmal unseren Zuseherinnen und Zusehern erklären, von Margarete Schramböck und Harald Mara damals ins Leben gerufen und sollte österreichische Produkte, österreichische Firmen ins Internet bringen, dort eine Verkaufsplattform sein und ist bei Kosten von mehr als einer Million Euro ziemlich gefloppt. Und müssen Sie aufräumen, was da die Vorgängerin Margarete Schramböck Ihnen hinterlassen hat? Die österreichische Bundesregierung hat am Beginn der Pandemie sehr, sehr viele Maßnahmen getroffen, um den Unternehmerinnen und Unternehmern in Österreich zu helfen. Wir dürfen nicht vergessen, was das für eine Situation war, Lockdowns etc. Und da hat es verschiedene Maßnahmen gegeben. Das Kaufhaus Österreich war eine dieser Maßnahmen mit einer sehr guten Intention, nämlich die Unabhängigkeit von österreichischen Unternehmen gegenüber großen Konzernen zu stärken. Das war die Intention, das hat man versucht. Es hat sich aber, glaube ich, eindeutig gezeigt, dass das nicht den gewünschten Effekt hatte. Und deshalb haben wir jetzt diese Maßnahme auch wieder zurückgenommen. Der Spruch gut gemeint ist nicht gut gemacht oft. Ist es einfach in der Umsetzung gescheitert? Es war eine gute Intention und diese gute Intention hat sich leider nicht bewährt. Und deshalb schließen wir jetzt daraus und schließen das Kaufhaus Österreich mit 1. Juli. Vielleicht liegt es auch an dem Wissen und an der Erfahrung im Thema an sich. Wie gesagt, Margarete Schramböck wurde damals auch Digitalisierungsministerin und hat sich dann diese Dinge vorgenommen und war offensichtlich für solche großen Maßnahmen nicht qualifiziert. Was qualifiziert Sie für so ein spezifisches Amt in der Bundesregierung als Staatssekretär für Digitalisierung? Also ich kenne Margarete Schramböck sehr gut. Die hat sich die letzten Jahre unglaublich engagiert für die Interessen der österreichischen Unternehmen, war CEO von A1. Also ich glaube, man kann die Kompetenz auch im Digitalbereich und im Wirtschaftsbereich nicht absprechen. Bei diesem konkreten Fall, es hat zahlreiche Maßnahmen gegeben, dieser hat sich nicht bewährt, dieser wird er zurückgenommen. Was mich persönlich betrifft, ich glaube... Aber dann darf ich, dann bleiben wir noch bei Margarete Schramböck. Dann sagen Sie uns kurz, was haben Sie übernommen? Also was hat Margarete Schramböck im Bereich Digitalisierung konkret weitergebracht? Ja, Margarete Schramböck hat natürlich viele Grundlagen gelegt, auf denen ich jetzt aufbauen darf. Gerade was die Digitalisierung im E-Government-Bereich betrifft. Wir haben hier eine ganz große Herausforderung, was die Verschränkungen der verschiedenen Ministerien betrifft, damit wir E-Government aus einer Hand anbieten können. Was meine ich damit? Zukünftig möchte ich eben möglichst alle Amtswege online auch anbieten können. Und dafür muss ich die verschiedenen Ministerien miteinander verschränken, die Register miteinander verschränken, sodass ich einen Amtsweg vollkommen online machen kann und nicht beispielsweise mein Melderegister ausdrucken und hochladen muss. Das alles, da ist sehr viel im Hintergrund aufgebaut worden, auch bei der Ausweisplattform, der viel zitierte digitale Führerschein, die digitale Identität, die jetzt kommt. Das sind natürlich Dinge, auf die ich sehr gut aufbauen kann. Darf ich dann noch einmal zum Kaufhaus Österreich ganz kurz? Es war, wenn wir das schon ein bisschen vertiefen wollen, es bleibt ja trotzdem aus der Ära Schramböck dieses Kaufhaus Österreich als Schlagzeile auch über. Es ist vielleicht ein Mittel ungerecht, weil es sich sehr bemüht hat, wie Sie gesagt haben, aber trotzdem bleibt es als Riesenflop über und es ist auch dann relativ rasch quasi stillgelegt worden, dieses Projekt. Haben Sie da jetzt rechtzeitig noch eine Altlast entsorgt, so vor dem Sommer jetzt noch? Und wie können Sie dann noch verhindern, dass in Zukunft weitere derartige Flops passieren? Weil Sie stehen ja vor einer Riesenaufgabe. Ich glaube, niemand von uns ist auch frei von Fehlern und auch, dass möglicherweise das ein oder andere, was man versucht, gut meint, mit einer guten Intention, auch wozu einem geraten wird, dann nicht sich als so erfolgreich herausstellt, wie man das geplant hat. Das war auch in diesem Fall der Fall. Ich glaube, es ist wirklich ungerecht, gegenüber Margarete Schramböck, sie auf dieses eine Projekt zu reduzieren. Sie war eine sehr gute Wirtschaftsministerin, hat viel vorangebracht, hat die Unternehmen gut unterstützt. Aber natürlich ist es jetzt auch meine Aufgabe, mir diese verschiedenen Projekte anzuschauen, wie das Kaufhaus Österreich. Und da hat der nun noch zuständige Bundesminister Martin Kocher mit mir den Entschluss gefasst, das nun einzustellen. Bleiben wir vielleicht noch beim Thema, weil Sie haben gesagt, die Intention war ja vielleicht die richtige, weil österreichische Unternehmen, kleine Unternehmen, brechen uns runter auf eine kleine Buchhandlung zum Beispiel. Abhängig ist davon, ob ihre Produkte auch im Internet auffindbar sind. Das war ja die Idee auch, die es hinter dieser Möglichkeit gegeben hat. Jetzt hat aber Europa, Österreich, aber vor allem Europa, diesen Zug ja komplett verschlafen in den letzten 20 Jahren. Wir sind abhängig von großen amerikanischen Plattformen. Google entscheidet, welches Kaufhaus sozusagen als erstes bei einer Suchanfrage gereiht wird. Amazon ist mit Abstand der größte digitale Händler. Was kann Europa, was kann Österreich tun, damit wir hier nicht an dieser Gatekeeper-Funktion, sagt man, glaube ich, der, der entscheidet, welches Kaufhaus angeboten wird im Internet, hier nicht abhängig sind von jemandem, der das dann vielleicht auch gegen die europäische und österreichische Wirtschaft einsetzt. Ich glaube, das sind jetzt zwei verschiedene Ebenen. Das Erste, was wir beim Kaufhaus Österreich gesehen haben, ist, dass wir auch staatlich nichts erzwingen können, was sich hier privatwirtschaftlich entwickelt. Ich nenne ein anderes Beispiel. Es gibt sehr gute Plattformen in Österreich, die sich für einen gewissen eingegrenzten Raum oder Produktgruppe etabliert haben, beispielsweise landwirtschaftliche Produkte, mit denen ich, wo ich online handeln kann, die ich online bestellen kann. Das sind sehr gute und erfolgreiche Projekte. In dem Fall hat man eben gesehen, dass sich das staatlich sozusagen vorgegeben und aufgestellt nicht bewährt hat. Das andere ist eine digitale Souveränität, von der Sie sprechen. Also das heißt, wie digital souverän ist Österreich? Und aus meiner Sicht, das ist die falsche Frage, so müssen Sie uns die Frage stellen, wie digital souverän ist die Europäische Union? Und am Ende des Tages ist es sehr vergleichbar mit der Frage, wie militärisch abhängig ist man von gewissen Bündnissen und ähnliches. Digitale Souveränität wird ein ganz wichtiges Thema. Und hier versuchen wir uns nun, europäisch aufzustellen. Vielleicht hat hier die Europäische Union auch die ein oder andere Entwicklung verschlafen, gerade was große Cloud-Verbünde betrifft. Und deshalb haben wir auch ein Projekt gestartet mit Gaia X, wo wir versuchen, eine europäische Cloud zu bauen, um eben auch Unternehmerinnen und Unternehmer anzubieten, nicht auf amerikanische oder asiatische Systeme zu gehen, sondern auf europäische. Weil wir damit eben auch eine höhere Sicherheit gewährleisten können. Das heißt, es ist fürs Kaufhaus Österreich kein Nachfolgeprojekt mit anderen Namen und anderen Zugängen geplant? Nein. Es ist geplant, dass wir die Inhalte, die es da ja gegeben hat, in andere Portale wie das Unternehmens-Service-Portal integrieren. Jedoch das Kaufhaus Österreich wird mit 1. Juli eingestellt. Kaufhaus Europa, gibt es da auf europäischer Ebene ein Projekt? Ist mir derzeit nichts bekannt. Woran scheitert es eigentlich bei Digitalprojekten in Österreich? Wir wollen über die Vergangenheit noch reden, wir wollen ja natürlich auch über Ihre zukünftigen Projekte reden. Aber woran scheitert es eigentlich bei Projekten, die jetzt auf den ersten Blick nicht so komplex aussehen? Ich sage digitaler Führerschein. Das klingt nicht als große Hexerei, dass jemand auf seinem Handy einen gültigen Führerschein hat und nicht dauernd sozusagen den rosanen Ausweis oder auch die Checkkarte mitführen muss. Woran scheitert das? Weil man sieht ja, wenn es schnell gehen muss, wenn der Druck groß ist, ich sage grüner Pass zum Beispiel, dann funktioniert es ja oder weil Sie Tiroler sind, auch die Skigebiete haben es relativ rasch geschafft, die Skikarten mit den 3G-Nachweisen zu verknüpfen. Ist der Staat da einfach zu langsam? Ist es notwendig, dass es ein Bundesrechenzentrum gibt, wo hier eigentlich privatwirtschaftliche Programmiertätigkeiten gemacht werden und dann vielleicht auch nicht so funktionieren? Also was Sie angesprochen haben, die Digitalisierung hat uns, die Pandemie hat uns gezeigt, wie schnell etwas gehen kann, wenn es sein muss. Und das ist ein unglaublicher Vorteil, auf den ich jetzt eigentlich aufbauen kann, nämlich die Pandemie hat der Digitalisierung einen unglaublichen Boost gegeben. Gebe ich Ihnen vollkommen recht. Natürlich Österreich ist ganz anders wie andere Staaten, die mit der Digitalisierung und E-Government weiter sind, Beispiel Estland oder auch Uganda, von einem ganz anderen Feld ausgegangen. Wir haben eine sehr stark gewachsene österreichische Bürokratie mit sehr vielen positiven Beispielen in den einzelnen Ressorts. Zum Beispiel das FinanzOnline. Hier sind wir im europäischen Vergleich absolut führend mit den Funktionen, die wir haben. Ein hervorragendes Melderegister. Ganz Deutschland hat noch kein zentrales Melderegister. Wir verfügen darüber. Und die Herausforderung ist aber, diese gewachsenen Systeme miteinander zu verknüpfen. Ähnlich auch beim digitalen Führerschein, dieses Zusammenspiel aus den verschiedenen Registern und Möglichkeiten. Und das versuchen wir jetzt eben aufzulösen. Ich habe selber zwei Jahre, habe ich mich bei einem Start-up engagieren dürfen als Geschäftsführer. Und deshalb weiß ich, wie technische Entwicklungen oft sich verzögern, oft an Problemen wie Datenschutz und ähnlichem, Sicherheitsbedenken, auch etwas sich hinaus zögern. Auch im Fall des Führerscheins war das ja so. Und deshalb werden Sie von mir auch nie ein konkretes Datum nennen, wann etwas umgesetzt wird. Sondern ich werde versuchen, das immer möglichst kurz davor anzukündigen, weil das ist in der IT-Branche einfach zu gefährlich. Darf ich da einhacken? Wir haben auch in der Pandemie gesehen, wo unsere Schwächen sind. Also der Boost ist das eine, die Schwächen. Das andere nennen wir ganz dramatisch das Gesundheitssystem. Die Dateneinmeldung hat nicht funktioniert, über alle Spitäler hinweg. Das haben alle Experten heftig kritisiert. Und auch im Bildungsbereich hat man das gesehen in den Schulen. Es wurden dann, ich kann mich erinnern, der Ex-Kanzler Kurz und der Bildungsminister haben damals die Auslieferung von Laptops, die sich dann eh hingezogen hat, an Schulen als digitale Revolution gefeiert. Wie wollen Sie bei diesen Baustellen ansetzen? Richtig, es war ein unglaublicher Boost. Richtig auch, es hat uns Schwächen im System aufgezeigt, wo wir dringend nachkommen müssen. Ich spüre jetzt aber schon, gerade im Gesundheitsressort bei Bundesminister Rauch, wir sind extrem in Kontakt, dass wir mit diesen Schwächen einfach aufräumen wollen und hier neue Systeme einführen. Sie haben zum Beispiel vom EMS gesprochen. Genau das Gleiche gilt für die Krankenhauseinmeldungen, damit wir eben einen sehr aktuellen Datenstand haben. Natürlich ist das in einer Pandemie, wenn die ganze Zeit diese Systeme unter höchsten Belastungen stehen, sehr schwierig dann in der Pandemie selber umzusetzen. Und deshalb arbeiten wir jetzt dran. Aber Ihrer Analyse nach, Sie haben jetzt den Laden übernommen und haben gesehen, wir sind noch in der Pandemie. Es wird ein, wir gehen jetzt leider ins dritte Jahr, es wird weitere Wellen kommen. Das heißt, es wird auch einen Innenling, dass wir es jetzt dann doch irgendwann besser machen. Was hat Ihre Analyse ergeben, warum diese Datenzusammelführung nicht funktioniert hat und weiter nicht funktioniert? Föderalismus, Datenschutz, was sind die Gründe? Ich glaube, es ist eine Kombination aus ganz, ganz vielen Themen, unter anderem eben, dass wir ein funktionierendes System hatten, das aber für ganz andere Parameter ausgerichtet ist. Wir hatten ein Meldesystem, das für ein paar wenige Einmeldungen pro Tag zur Verfügung stehen sollte und plötzlich mussten da unglaubliche Datenmengene, nicht nur die positiven Fälle, sondern auch die negativen Fälle eingegeben werden. Und das hat einfach zu einer Überlastung geführt des Systems. Und da sind der Bundesminister Rauch und ich eben gerade dran. Und was die Spitäler betrifft, also dass man wirklich sofort sieht, quasi live, wer wo liegt, mit welcher Vorerkrankung, mit welchem Impfstatus und so weiter. Das ist ja entscheidend für die Analyse und fürs schnelle Reagieren. Auch das, das ist eines der Kernprojekte, die der Bundesminister gerade mit mir umsetzen will. Aber auch diese Notwendigkeit hatten wir ja früher nicht. Sie haben selbst angesprochen das Thema Datenschutz. Das ist für viele Menschen ein riesiges Thema. Ich kann mich erinnern, die Stop-Corona-App ist möglicherweise auch daran gescheitert, dass man nicht wollte, dass man sozusagen genau weiß, wer wen irgendwo wann getroffen hat und wo man unterwegs war. Andererseits geben Menschen ihre Daten freiwillig wieder an große amerikanische Konzerne über ihre Uhren, über ihre Handys, über andere Dinge, die sie ins Internet eingeben, über Suchanfragen. Wie ist da als Digitalisierungsstaatssekretär Ihre ganz konkrete Haltung in diesem Spannungsfeld? Nützlichkeit, Nutzen von Datenkombinationen versus Datenschutz, der gläserne Mensch. Können Sie sich da irgendwo einordnen, wo Sie, auf welcher Seite Sie stehen? Also ich beginne dabei, dass ich einen unglaublich schwierigen Namen habe mit der Digitalisierung. Digitalisierungsstaatssekretariat, Digitalisierungsstaatssekretär, weil jeder versteht unter Digitalisierung was anderes. Und die meisten Leute haben eigentlich, wenn sie das Wort hören, Angst. Weil es ist irgendwie ein Wort, das auch Angst auslöst, nicht mehr mitzukommen. Möglicherweise auch Angst vor dem Verlust von Arbeitsplätzen etc. Das heißt, wir müssen den Menschen besser begreifbar machen, dass Digitalisierung nützt. Und ihnen auch nützt im täglichen Leben. Deshalb finde ich auch diese Projekte, wie den digitalen Führerschein, der schon oft zitiert wurde, aber da soll es ja nicht aufhören, sondern digitaler Ausweis, E-Card, Schülerausweis, Studentenausweis, das ist alles, was ich in der Geldtasche habe, künftig auch am Handy zu haben. Dass wir den Menschen aufzeigen, das ist eine Digitalisierung, die nützt. Und dann verschwinden auch die Ängste. Zwei Beispiele dafür. Estland wird immer verwendet, natürlich als das super Land, was E-Government betrifft. Und in Estland haben wir mittlerweile, war auch am Beginn überhaupt nicht so, große Widerstände. Und mittlerweile eine unglaubliche Akzeptanz für diese digitalen Lösungen und ein hohes Vertrauen in den Datenschutz. Zweites Beispiel, E-Banking. Jeder von Ihnen kann sich, glaube ich, erinnern, wie hoch waren die Bedenken, wo das erste E-Banking gekommen ist, wo man also nicht mehr zum Bankschalter hingegangen ist, sondern das Ganze elektronisch gemacht hat. Und mittlerweile ist E-Banking bei einem sehr, sehr hohen Prozentsatz der Österreicherinnen und Österreichern angekommen, extrem beliebt und auch hohes Vertrauen, teilweise sogar höheres Vertrauen als an den Bankbeamten, den man das übergibt, der das dann wieder händisch eingebt. Also ich glaube, das geht automatisch. Je besser die Applikationen sind, desto mehr nutzen man sie, desto weniger Datenschutzbedenken. Es ist aber eine Bringschuld der Politik. Also es ist die Bringschuld der Politik, den Menschen aufzuzeigen, warum Digitalisierung nützt und wo es den Menschen nützt. Und wenn wir diese Bringschuld erfüllen, dann wird die Akzeptanz höher. Wir schaffen, Entschuldigung, Verzeihung, wenn ich ein bisschen polemisch sein darf, wir schaffen es ja nicht einmal beim Impfen die Leute ausreichend dazu zu bringen. Jetzt haben wir, das ist ein ganz konkretes Thema, wo jeder, es ist keine plastischen Gedankenwelten dahinter. Bei der Digitalisierung, wenn man sich die Bevölkerungsstruktur anschaut, die Bevölkerung wird immer älter. Es gibt sehr viele alte Menschen und Ältere, die tatsächlich in einem anderen Zeitalter aufgewachsen sind, wo es nicht einmal nur einen PC gab. Wie wollen Sie die abholen? Da muss man ja wirklich intensiv arbeiten dran, dass man die noch abholt. Also ich halte es für das Falsche, es zu erzwingen. Das heißt, wir werden eine gewisse Altersgruppe haben, die wir nicht mehr erreichen können und die das auch einfach nicht mehr wollen. Und hier müssen wir auch alle Dinge, die wir machen, weiterhin analog anbieten. Das ist unser Ansatz, dass wir niemanden hineindrängen wollen. Das Zweite ist, es gibt eine Altersgruppe, möglicherweise etwas darunter, die prinzipiell zugänglich dafür sind, wo wir aber eben über verschiedene Bildungsprogramme die Kompetenz ausbauen. Sollten Ihnen helfen bei der Benutzung dieser Devices, aber auch, was ist denn dieses neue Medium Internet, auch was die Qualität von Informationen betrifft? Also ich muss ja nicht nur eine, also Beispiel Fake News, ich muss ja nicht nur die ganz junge Generation darauf sensibilisieren, was Fake News sind, sondern jeder kennt, glaube ich, auch das Beispiel aus dem eigenen Umfeld von älteren Menschen, die ich sehr sensibilisieren muss. Weil, wenn man früher bei Ihnen etwas in der Zeitung gelesen hat, also Informationen wahrgenommen hat aus einem Medium, dann konnte man darauf sehr, sehr großes Vertrauen haben. Bis heute natürlich in den Medien. Das kann man immer noch. Bis heute in den Medien. Und so sind diese Menschen aufgewachsen und deshalb hat das geschriebene Wort einen anderen Wahrheitsgehalt. Also hier auch Schulung vornehmen, ausbilden, aber auch bei den ganz Jungen mit der digitalen Grundbildung vom Kindergarten herweg. Also das ist auch eine Bringschulterpolitik, hier entsprechende Bildungsangebote, Hilfen anzubieten. Wo Oberösterreich auch relativ retro ist, ist beim bargeldlosen Zahlungsverkehr. Also in anderen Ländern steht nicht Barzahlen, bei uns steht nicht mit Karte zahlen. Aber das hat sich schon verändert. Hat sich durch die Pandemie auch wenig verändert. Es gibt noch immer, also erstaunlich viele. Also gerade Umfragen sind Deutschland und Österreich da ganz, ganz konservativ, was das betrifft. Wie zahlen Sie? Ich zahle nur mehr digital, wo es möglich ist. Es ist mittlerweile überall möglich, auch mit kontaktlosen Handy- und Smartwatch-Systemen. Hätten Sie ein Problem mit der Abschaffung des Bargelds, wenn es kein Bargeld mehr gibt? Ich hätte deshalb ein Problem mit der Abschaffung des Bargelds, weil wie gerade angesprochen, sind einfach die Menschen noch nicht so weit. Ich glaube aber prinzipiell, dass die Entwicklung zu immer mehr bargeldlosen Zahlen nicht aufhaltbar ist. Aber woran liegt dieser Bargeld-Fetischismus? Ist das, weil man halt leichter ein bisschen Schwarzgeld auch noch auf der Seite behalten kann, wenn es so im kleineren kalten Handbusiness geht? Oder hat das eher so mit verbunden mit Verschwörungstheorien, wenn das Bargeld weg ist, dann ist man quasi völlig ausgeliefert den Zentralbanken und Co.? Also ich glaube, das, was Sie auch davor gesagt haben, die Einstellung des Österreichers und möglicherweise auch des Deutschen ist schon öfter so, wenn jetzt Apple weiß, was sie tue, ist mir das relativ egal. Aber bitte, der Staat soll es nicht wissen. Das spürt man schon hin und wieder in einer gewissen Grundeinstellung und unter dem Gleichen sehe ich ja auch diesen Aspekt, insbesondere in der älteren Bevölkerung. Und in der älteren Bevölkerung war es einfach immer gelebt. Auch mein Vater zum Beispiel hat, glaube ich, bis heute keine Kreditkarte. Für mich wäre das vollkommen denkbar, ich würde keinen Tag ohne Kreditkarte, glaube ich, auskommen. Das ist eine Generationenfrage. Vielleicht, weil es auch eine Skepsis gegenüber dem Staat gibt, weil viele Menschen doch sagen, ich vertraue dem Staat nicht so. Und wenn der alle meine Daten hat, wenn der weiß, wann ich in der Früh aufstehe, wenn ich am Abend schlafen gehe, wenn er meine Gesundheitsdaten hat, meine Finanzdaten hat und das alles miteinander verknüpft, irgendwann kommt vielleicht eine Regierung an die Macht, die dann diese Daten auch miteinander verknüpft. Oder es kommen Hacker, wie es gerade in Kärnten passiert ist, sorgen die Daten vom Staat ab und sind dann in fremden Händen. Ist diese Skepsis gegenüber dem Staat aus Ihrer Sicht nicht auch ein bisschen gerechtfertigt? Ich halte es für nicht gerechtfertigt, weil wir in den großen Systemen sehen, dass es funktioniert. Also wie gesagt, wir haben Estland und andere Länder erwähnt und wir sind beim Datenschutz sicher nicht dahinter, sondern wir nehmen den Datenschutz unglaublich ernst. Also ich glaube, wenn wir den Leuten aufzeigen, dass es funktioniert und was sie für Vorteile haben, werden auch diese Bedenken sinken, immer mehr. Und diese Entwicklung ist ja nicht aufzuhalten. Also das ist eine globale Entwicklung, die entsteht. Sie haben das bargeldlose Zahlen angesprochen. Wenn ich in Asien heute unterwegs bin oder in anderen Ländern, dann vergessen Sie Bargeld. Jetzt sind wir gleich in der ersten Werbepause, aber wir wollen unseren Zuschauern noch ankündigen, worüber wir diskutieren. Was ist das erste große Projekt, das Sie jetzt selbst angehen werden, das jetzt wirklich neu starten? Auf was kann man sich sozusagen freuen, wenn man der Digitalisierung positiv gegenüber steht? Also wirklich neu starten möchte ich etwas, über das ich vielleicht nachher auch noch etwas berichten möchte. Mir geht es darum, in dem ländlichen Bereich mit der Glasfaser, mir ist bewusst bekannt, aber neue Akzente zu setzen. Mir geht es darum, dass wir schauen, ich spüre seit der Pandemie schon etwas eine gewisse Stadtflucht. Sehr hohe Kosten, sehr hohe Wohnkosten, auch höhere Transportkosten, höhere Spritkosten. Ich habe durch das Homeoffice mehr Möglichkeiten, auch längere Wegstrecken kaufzunehmen und hier wollen wir in den Regionen stärken. Wollen wir über den Breitbandausbau gleich reden mit Digitalisierungsstaatssekretär Florian Durski, der heute bei uns im Club 3 zu Gast ist, meine Damen und Herren. Bleiben Sie dran, wir melden uns gleich wieder nach einer ganz kurzen Pause. Willkommen zurück, meine Damen und Herren, bei unserem Gespräch über das digitale Österreich heute mit Digitalisierungsstaatssekretär Florian Durski. Wir haben vor der Werbepause gerade gesprochen, es ist Ihnen wichtig, ich sage es jetzt aber ein bisschen zugespitzt, das hinterste Öztal auch noch mit Breitband zu versorgen. Das kostet aber viel Geld, das kostet Milliarden. Zahlt sich es wirklich aus, sozusagen jeden Winkel Österreichs mit Breitband noch zu versorgen? Ja, absolut. Einerseits ist es unser Ziel, bis 2030 sowohl stationär, also überall Glasfaser hinzulegen in ganz Österreich und andererseits auch in ganz Österreich 5G, also gigabitfähiges mobiles Internet auszubauen. Einerseits passiert es natürlich privatwirtschaftlich, also von privatwirtschaftlichen Betreibern, dort wo es sich auszahlt, wo möglichst viele auch Nutzer dann sind, wird es ausgebaut, weil es ein Geschäftsmodell ist. Andererseits sind wir aber natürlich dafür auch verantwortlich auszubauen, wo es sich nicht auszahlt und deshalb fördern wir das. Mittlerweile jetzt dann bald mit 2,5 Milliarden. Die erste Breitbandmilliarde waren 1,1 Milliarden. Jetzt ist die zweite Breitbandmilliarde mit 1,4 Milliarden gestartet, wo wir den Glasfaserausbau in ganz Österreich fördern wollen. Warum? Weil wir eine Chancengleichheit unter den Regionen schaffen wollen. Es soll eben egal sein, ob ich im hintersten Ötztal eine IT-Firma aufbaue oder im Wiener Zentralraum. Andererseits kostet das, wie gesagt, sehr, sehr viel Geld. Es ist ein bisschen wie bei den Eisenbahnen, dort wo viel gefahren wird, wo viele Passagiere sind, da zahlt es sich auch für Private aus. Überall anders muss der Staat einspringen. Aber nochmal die Frage, sind die Kosten, die dem Staat dafür erwachsen, für einzelne Firmen dann in den hintersten Tälern sozusagen überhaupt noch argumentierbar? Ja, ich nehme das Beispiel, Sie haben jetzt die Bahn erwähnt, ich nehme das Beispiel der Straßen. Wenn es früher wichtig war, ein Tal anzubinden, an das Straßennetz zu erschließen, ganz früher auch mit Stromnetz etc., so ist es heute eben wichtig, die Glasfaser auszubauen. Digitalisierung findet statt, wir haben darüber zuerst gerade gesprochen, weltweit. Und die Frage ist jetzt, werden die österreichischen Regionen zum Digitalisierungsverlierer oder nicht? Sie haben als ein Argument für den Ausbau genannt, Homeoffice, Digitalisierung und dass es halt überall möglich ist, Business zu betreiben oder im Büro zu sitzen quasi im Homeoffice. Sind Sie überzeugt davon, dass dieser Trend nachhaltig ist und anhalten wird, auch was Sie genannt haben, Stadtflucht? Oder kann das dann auch schnell wieder in die Gegenrichtung gehen und dann geht die Rechnung vielleicht wirklich nicht auf? Ja, wir haben in der Pandemie einmal gesehen, dass die Bandbreiten, die wir aktuell anbieten, nicht ausreichen. Früher, wenn Sie sich möglicherweise am Abend einen Film gestreamt haben, hat ein Cube, ein mobiler Cube noch sehr gut ausgereicht, um die ganze Familie mit Internet zu versorgen. Heute brauche ich eben gerade, und wir haben das in der Pandemie, glaube ich, alle erlebt, möglicherweise die Kinder im Homeschooling, die Eltern im Homeoffice, dann reicht es eben nicht mehr aus und ich brauche einen solchen Anschluss. Was wir schon wahrnehmen, und das liegt ja jetzt nicht nur an der Pandemie, sondern es liegt an einer makropolitischen Entwicklung. Wir haben unglaublich hohe Wohnkosten in den großen Ballungsgebieten. Allein deshalb wollen die Leute, die sich Wohnraum schaffen wollen, auch Eigentum schaffen wollen, mehr hinaus aufs Land. Wir haben andererseits sehr hohe Spritkosten, das heißt, das Pendeln wird teurer. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, eben durch die neuen Technologien, dass ich nicht mehr jeden Tag in die Arbeit hineinpendeln muss. Deshalb glaube ich, dass diese Entwicklung auch nachhaltig sein wird und auch eine große Chance für die Regionen. Was meine ich damit? Wir haben in den letzten Jahrzehnten leider die Entwicklung, dass im ländlichen Gebiet sehr viel ausgedünnt wird. Nachversorger eher abziehen, die Post geschlossen wird, das Wirtshaus geschlossen wird. Aber natürlich ist es eine große Chance, durch diese Entwicklung wieder weg von den Schlafdörfern zu kommen, dass die Leute sozusagen mehr vom Tag dort verbringen und auch diese Infrastruktur bis hin zu Coworking Spaces, Kinderbetreuung, die daran angeschlossen wird, attraktiv wird und ausgebaut wird. Haben Sie das Gefühl, dass unsere Kinder in der Schule dafür schon richtig ausgebildet werden? Dass das, was man aus dem asiatischen Raum in Singapur, in Taiwan zum Beispiel erlebt, dass dort also ganze Generationen aufwachsen, programmieren können, sich sozusagen wirklich wohlfühlen, auch in diesem digitalen Bereich, dass das bei uns in der Schule auch schon stattfindet, wo die Kinder in dem Gymnasium gerade einmal Excel und Word zu bedienen lernen. Also Digitalisierung ist ein totales Bildungsthema. Einerseits, wir haben zuerst über die Bewusstseinsbildung gesprochen, aber natürlich ist es auch ein Ausbildungsthema. Wir haben jetzt erstmals ab Herbst, ab der fünften Schulstufe, ein Pflichtfach digitale Grundbildung. Warum? Wir wissen, in 90 Prozent aller Berufe benötige ich bereits eine digitale Grundbildung und 34 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher verfügen nicht über diese digitale Grundbildung. Also ich muss die digitalen Kompetenzen im Ausbildungsbereich massiv ausbauen. Einerseits breit, wie Sie angesprochen haben. Das ist ein erster Schritt mit der digitalen Grundbildung. Das gehört ab dem Kindergarten bis hin zum Abschluss der Pflichtschule bzw. der höheren Schulen massiv forciert. Andererseits natürlich in der Lehre, wo wir neue Berufe finden müssen, wo wir diese digitalen Lehrberufe auch forcieren müssen. Kein Tischler, den Sie heute mehr ausbilden, kommt ohne digitale Kompetenzen aus. Und drittens natürlich auch im Exzellenzbereich. Hier haben wir hervorragende technische Universitäten über ganz Österreich verteilt, die bereits hier Fachkräfte ausbilden. Und jetzt auch ein neues Projekt mit der TU Linz für Digitalisierung und digitale Transformation, wo wir eine Ergänzung schaffen wollen. Jetzt verraten Sie uns noch eine Applikation, die Sie hier vorhaben. Einen Führerschein haben wir schon gehört, das hat Schramböck schon gestartet. Sie wollen, dass die Daten schneller fließen, bis sozusagen auch in die hintersten Winkel Österreichs. Aber welche Applikation bieten Sie denn künftig den Österreichern an? Sie haben vorher gesagt, Ruanda ist zum Beispiel komplett durchdigitalisiert. Das hat uns jetzt ein bisschen überrascht auch. Haben wir in der Werbepause kurz ein bisschen auch darüber gesprochen, dass ein Land, von dem man es nicht erwartet, digital viel weiter zu sein, als viele Länder in Europa und auch Österreich. Was bieten Sie denn künftig den Österreichern am Handy an? Zu Ruanda. Das war natürlich eine katastrophale Situation, aus der die gestartet sind. Und haben aus dieser Not eine Tugend gemacht, sich überlegt, wie können Sie möglichst schnell ein funktionierendes staatliches... Den Bürgerkrieg, den es gegeben hat. Genau. Wie können Sie möglichst schnell das aufbauen. Und haben dann eben auf Mobile Devices umgestellt. Das heißt, so dass sich wirklich alles... Sie haben versucht, möglichst schnell ein mobiles Netz aufzubauen. Und dann eben mit Mobile Devices, die sich schnell verbreitet haben, diese Dinge anzubieten. Also aus der Not eine Tugend gemacht, mehrere Stadien übersprungen. Und deshalb hier jetzt auch absolut einer der weltweiten Vorreiter. Was machen die, was wir nicht machen? Sie hatten leider für sie eine katastrophale Ausgangslage und dadurch die Chance, komplett auf der grünen Wiese etwas aufzubauen. Aber was konkret? Was macht der typische Orantese? Sämtliche Amtswege. Also die gesamte Verknüpfung der Informationen, wenn sie heute einen Reisepass bestellen, aber neu auszustellen. Das ist dort alles bereits digital möglich. Ist das, was Sie haben es angesprochen, auch an dich anknüpfen. Was ist das konkrete Projekt für die verbleibenden Jahre jetzt bis zur nächsten Wahl? Also ist es so, dass Sie sagen, bis 2024 möchte ich, dass alles am Handy möglich ist, was ich als Bürger brauche vom Staat? Ich möchte, dass fast alle Amtswege, also damit alles, was möglich ist, digital am Handy möglich ist. Warum fast alle? Gewisse, vielleicht jetzt Waffenberechtigungen etc. wird es vielleicht noch nicht sinnvoll sein, das rein zu digital machen. Hin und da wird man noch einen Weg zum Amt benötigen. Aber sonst soll alles digital möglich sein. Bis wann? Bis zum Ende der Periode. Bis zum Ende der Periode. Das ist eine Ansage. Das ist eine Ansage, ja. Vielleicht, wenn man es noch so, was ist es dann konkret? Was sind die fünf Dinge, die man dann meistens macht, die jetzt vielleicht mal noch nicht übers Handy gehen? Können Sie ein paar Beispiele geben, was dann Ende der Periode ist? Also als Kern möchte ich alle Ausweise, die ich aktuell in der Geldtasche habe, künftig am Handy haben. Das heißt, von der E-Card weg, die gesamte E-Card, Schülerausweis, Studentenausweis, Zulassungsschein, Führerschein, um jetzt ein paar zu nennen. Wir sprechen natürlich auch über andere Karten, die wir mit hineinnehmen können, Klimaticket etc. Reisepass? Also, der Reisepass zumindest einen digitalen Ausweis. Reisepass liegt natürlich dann immer daran, wird er überall anders akzeptiert, sodass es Sinn macht. Das kann ich nicht versprechen. Aber der Personalausweis, die Vorstufe zum Reisepass? Also eine offizielle digitale Identifikationskarte ist dann in weiterer Folge der nächste Schritt. Aber auch, es soll einfach Standard werden, dass heute, wenn ich einen neuen Pass bereits bestelle, weil meiner ausläuft, dann bekomme ich bereits automatisch die digitale Identität dazu. Und mit dieser digitalen Identität, die in wenigen Tagen jetzt dann startet, wollen wir diese digitalen Amtswege dann ausbauen. Das heißt, das Nachbestellen des Passes ganz konkret. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin immer wieder überrascht, wie viel eigentlich schon geht. Also ich bin selber jetzt draufgekommen in den letzten Wochen, dass man den Strafregisterauszug sich vollkommen online, ohne noch irgendwo hingeht, mit wenigen Klicks bestellen kann. Also manchmal liegt es auch daran, aber das ist auch unsere Verantwortung, die Menschen darüber zu informieren, was ist denn schon alles möglich. Aber wie kann das sein, dass Sie als Büroleiter eines Landeshauptmanns und als Businessman im Vorfeld das nicht gewusst haben? Ja, ich habe Gott sei Dank selten getraut. Ich habe Gott sei Dank selten getraut. Aber es liegt ein bisschen so nach dem Marketing. Aber es gibt es nicht viel, niemand weiß es. Ja, liegt auch am Marketing. Und diese Funktionen, wir haben ja diese App, das digitale Amt, geschaffen. Und das ist wirklich toll. Ich habe dort mit meiner digitalen Identität oder bisher der Handysignatur auch gleichzeitig den Zugang zu meinen ganzen anderen Portalen, Sozialversicherungsportal, FinanzOnline. Das heißt, da ist sehr viel schon möglich. Und jetzt liegt es eben daran, das alles so zu verknüpfen, dass es funktioniert. Ein Beispiel, was wir jetzt machen, dass ich künftig nicht mehr die Studienbestätigung meiner Kinder oder von mir selber beim Finanzamt einreichen muss, damit ich weiter die Kinderbeihilfe beziehe. Ja, das ist, jeder von Ihnen, der Kinder hat das erlebt, ein bürokratischer Vorgang. Diese Dinge sollen einfach automatisiert verknüpft werden, damit es automatisch auch weiter ausgezahlt wird. Ruanda hat das auf der grünen Wiese neu aufgebaut. Kann man auf die österreichische Verwaltung, die seit Maria Theresia oder Prinz Eugen irgendwie langsam gewachsen ist und halt auch noch ihren Amtsschimmel hat, so ein digitales System überhaupt aufsetzen? Oder muss man nicht auch sagen, man setzt das komplett neu auf und ich rede jetzt nicht vom berühmten Wort der Verwaltungsreform, das wir alle kennen, seitdem wir im Journalismus tätig sind und das es nie in dieser Form wirklich gegeben hat? Also wir können froh sein, in Österreich über eine so gute, funktionierende Verwaltung zu verfügen. Man darf hier nicht schlecht reden. Wir haben fantastische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowohl habe ich das in Tirol so kennengelernt, als auch jetzt im Finanzministerium. Da wird auch immer wieder viel schlecht geredet. Wir haben dort fantastische Systeme, die dort natürlich gewachsen sind und jetzt geht es darum, die miteinander zu verknüpfen. Und das ist eine große Herausforderung, wo ich mir möglicherweise leichter tun würde, wenn es gar nichts geben würde, langfristig das aufzubauen. Das heißt, mir schwirrt da immer im Kopf diese Erinnerungen, die mich bis heute verfolgen, weil sie noch präsent sind, dieses Nummern ziehen und dann wartest und dann kriegst du eine Rechnung, dann gehst du damit runter, das war vor zwei Jahren noch, in die Amtskasse und zack und dann kriegst du oben deinen Zettel oder auch nicht. Oder früher Stempelmarken. Stempelmarken, genau. Also das muss der Vergangenheit angehen. Das muss der Vergangenheit, es wird aber auch viel Arbeitsplätze kosten, nehme ich an. Genauso wie viele Angst haben, dass diese sogenannte künstliche Intelligenz Arbeitsplätze kosten wird. Wie viel Beamter spart eine gute Digitalisierung ein? Wir wissen aus der Vergangenheit, dass immer, wenn die Sorge war, dass eine industrielle oder eine technologische Transformation Arbeitsplätze kostet, das Gegenteil eigentlich der Fall war. Das ist einmal das Erste, was man dazu sagen muss. Die Digitalisierung insgesamt wird Arbeitsplätze schaffen. Auch in der Verwaltung? Weil da müsste man als Steuerzahler dann wieder Belang zu bekommen. In der Verwaltung gehe ich nicht davon aus, dass es auf jeden Fall mehr braucht. Nein, aber es ist so, dass die Digitalisierung und digitale Transformation in der Wirtschaft auf jeden Fall Arbeitsplätze bringen wird. Wir müssen nur natürlich schauen, dass wir dran sind und auch diese Arbeitsplätze halten. Ich muss trotzdem aus aktuellem Anlass dazu sagen, wir werden sicher in wenigen Wochen und Monaten die Situation haben, dass wir weit mehr offene Stellen in Österreich als Arbeitssuchende haben. Also auch das zeigt eigentlich, oft finden natürlich bewusst auch Digitalisierungsprozesse statt, weil einfach die Fachkräfte und die Menschen nicht zur Verfügung stehen, die das machen können. Ich würde sagen, machen wir mal hier einen Punkt hinter das Thema Digitalisierung. Wir wollen mit Ihnen natürlich auch über die ÖVP reden. Sie haben vorher gesagt, man soll nicht schlecht reden. Jetzt ist die ÖVP in Umfragen jetzt schon Richtung 20 Prozent. Es gibt erste Umfragen, wo sie gleichauf mit der FPÖ und zehn Prozentpunkte hinter der SPÖ liegt. Ist die ÖVP derzeit wirklich schlecht oder wird sie nur schlecht geredet? Also ich glaube, die österreichische Volkspartei verfügt über hunderte, tausende Funktionärinnen und Funktionären, die von der Gemeindeebene hinauf bis zur Bundesregierung versuchen, täglich ihr Bestes zu geben für die Menschen in unserem Land. Wir haben Karl Nehammer, der gerade mit 100 Prozent als Bundesparteiobmann gewählt wurde. Man sieht also, es gibt eine unglaubliche Geschlossenheit in der Partei. Das war nicht immer so, insbesondere wenn es schlechte Umfrageergebnisse gegeben hat. In der ÖVP war eher das Gegenteil der Fall. Man sieht also, hier steht man geschlossen. Man ist der Überzeugung, dass Karl Nehammer der richtige Kandidat ist, um diese Bundesregierung und auch die ÖVP in die Zukunft zu führen. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, was ist denn die letzten Jahre passiert. Also ich glaube, niemand von Ihnen kann sich an ähnliche objektiv krisengebeutelten Jahre erinnern in der Innenpolitik wie die letzten. Und das war nicht alles hausgemacht, sondern es war auch durch externe Faktoren wie der Pandemie jetzt durch den Ukraine-Konflikt unglaubliche hohe Inflation resultierend. Und dass hier natürlich eine Bundesregierung, das merken wir glaube ich überall in der Welt, eine Regierung dann es schwierig hat, das liegt auf der Hand. Darf ich da trotzdem einhaken, weil wir Umfragen angesprochen haben? Ich habe heute drei bekommen, drei aktuelle, die nach der Präsentation des Antiteuerungspaketes stattfanden. Die haben alle drei, von Hayek bis Lasersfeld und IFDD, haben die SPÖ bei 31 und die ÖVP bei 21 Prozent. Sollte das nicht trotzdem zu denken geben und wie kann man da rauskommen aus diesem Prozess? Also wir versuchen in der Bundesregierung bestmögliche Arbeit für die Menschen zu machen anhand dieser schwierigen Situation. Wir haben zwei Pakete aufgelegt mit insgesamt vier Milliarden Hilfen. Jetzt ein großes Paket aufgelegt mit 28 Milliarden. Und das nicht nur Schnellschüsse, sondern wirklich in die Struktur hineingehen, die schleichende Steuererhöhung, die kalte Progression, abgeschaffte Menschen zu helfen, die es brauchen mit Sofortmaßnahmen. Ich glaube, das sind schon sehr große Würfe. Aber ja, natürlich ist es für eine Partei, die sich dann wieder einer Wahl zu stellen hat, muss man sich damit auseinandersetzen, wie ist die aktuelle Situation. Man versucht absolut das Beste zu geben, daran zu arbeiten, in Ruhe, gemeinsam mit dem Koalitionspartner sehr gut zusammenzuarbeiten. Und dann soll das natürlich auch alles auf ein Wahlergebnis einzahlen. Sie schieben sich sehr stark auf die externen Umstände, auf den Krieg, auf die Teuerung, auf die Corona-Situation etc. Es gab aber auch Jets, es gab auch die Situation mit dem Vorarlberger Wirtschaftsbund, es gibt die Situation mit dem Seniorenbund in Oberösterreich, wo die ÖVP einfach durch sehr viele interne Dinge, die falsch gelaufen sind, in die Medien gekommen ist. Wie groß ist dieses Problem denn auch ausgemacht von der ÖVP selbst? Was man vor allem spürt, ist natürlich, dass diese Situationen von der Opposition dazu verwendet werden, die ÖVP in ein Frame hinein zu zwingen, die ÖVP sei korrupt. Und das ist einfach nicht der Fall. Ein bisschen aufgelegt Elfmeter, sagt man, für die Opposition natürlich, wenn es jede Woche so einen neuen Skandal gibt. Ja. Aber der Rechnungshof zählt nicht zur Opposition. Da wird auch sehr viel von der Opposition natürlich befeuert an diesen wöchentlichen Angriffen. Und auch bewusst gesteuert von Ihnen, dass diese wöchentlichen Angriffe stattfinden. Aber der Rechnungshof zählt jetzt nicht zur Opposition. Ja, der Rechnungshof nimmt in diesem Fall jetzt eine Überprüfung vor von einer Sache, die bereits von externen Wirtschaftsprüfern zweimal geprüft wurde. Die ÖVP-Finanzen, also im Wahlkampf. Ja, vom Rechnungsbericht. Das ist natürlich absolut legitim und ich gehe davon aus, dass das Ergebnis der bisherigen Rechnungsprüfer auch bestätigt wird. Okay. Aber ich... Verzeihung, ich wollte da noch... Und zweimal schon bei dem Thema sind die WKStA führt ja auch... Zahllos ist, ich habe es nicht mehr im Kopf, man kann es nicht mehr zählen, gegen ÖVP-Personen. Ist das auch der Opposition geschuldet durch die Anzeigen, die stattfinden? Oder gibt es da auch Probleme innerhalb der WKStA, wie das der Herr Hanger einmal gesagt hat, aus Ihrer Sicht? Ich habe bis jetzt immer, wenn ich mit der Justiz zu tun hatte, höchstes Vertrauen in die hohe Professionalität, mit der gearbeitet wird, mit der auch ermittelt wird. Und ich bin jetzt erst wieder seit kurzem hier in Wien ganz genau, kann ich es nicht überblicken, aber ich habe keinen Grund zur Annahme, dass hier andere stattfindet. Natürlich werden Ermittlungen immer befeuert durch Anzeigen, die hier in sehr großem Stil stattfinden. Und das muss man auch ganz offen sagen, bisher zu keiner wirklichen Verurteilung geführt hat. Und in dem Fall muss man auch sagen, alles, was hier in den Ring geworfen wird, bis jetzt ist davon wenig übergeblieben. Die ÖVP liegt jetzt dort in den Umfragen, wo Sebastian Kurz die ÖVP übernommen hat, von Reinhold Mitterlehner. Zwischendurch war sie auf über 40 Prozent sogar in Umfragen und hat bei Wahlergebnissen knapp 40 Prozent erreicht. Wäre die ÖVP mit Sebastian Kurz, wenn er noch Parteiobmann, wäre jetzt auch auf 21 Prozent? Oder glauben Sie, wäre die ÖVP dann noch stärker? Was wäre, wenn hier zu spielen macht überhaupt keinen Sinn in der Politik? Genauso kann man die Frage stellen, wie hätte es sich entwickelt, wenn Ibiza nicht passiert wäre oder Ähnliches. Es ist so, wie es ist, aber die Partei steht im Gegensatz zu damals zu 100 Prozent hinter Karl Nehammer und ist davon überzeugt, dass er hier der richtige Kandidat ist, um das zu machen. Aber bleiben wir genau bei dieser Phase. Wie gesagt, die ÖVP hat sich von 40 Prozent jetzt auf 20 Prozent entwickelt und alles kam ins Rutschen in der Ära Kurz. Er hat sie raufgeführt und dann kam der Absturz. Welche Beziehung haben Sie zu Sebastian Kurz? Sie sind zwei Jahre jünger. Sie war ja ein Vorbild für Sie. Ist er weiterhin ein Vorbild für Sie? Welche Beziehung haben Sie zu ihm und was bleibt von seiner Zeit, von seiner Ära? Sebastian Kurz war ein sehr erfolgreicher Bundesparteiobmann der österreichischen Volkspartei. Er hat die ÖVP zu zwei sehr hohen und sehr guten Wahlergebnissen geführt und hat auch aus meiner Sicht immer eine sehr gute Politik gemacht. Ich kenne ihn natürlich langsam, das ist angesprochen, wir sind altersmäßig nicht weit voneinander entfernt. Wir kennen uns von der gemeinsamen Zeit in der jungen ÖVP. Wir waren zahlreich miteinander am Berg unterwegs und Ähnliches. Und ich habe immer die Art und Weise geschätzt, wie er Politik betrieben hat. Und was bleibt von seiner Ära? Ich glaube, sehr viele Reformen, eine gute Politik und auch zwei hervorragende Wahlergebnisse. Und was müssen Sie jetzt als junger Neo-ÖVP-Politiker anders machen, damit die ÖVP wieder aus der Krise kommt? Wie gesagt, die letzten Jahre waren, glaube ich, besonders herausfordernd eben für die Politik. Und natürlich ist es wichtig, dieses Vertrauen, das objektiv in die gesamte Politik, und da ist ja nicht nur die Regierung betroffen, sondern genauso die Opposition, wieder zurückzugewinnen. Aber wie? Mit ordentlicher Arbeit, Projekte, die wir uns vornehmen, umzusetzen und in Ruhe, ohne Streit zu regieren. Darüber werden wir gleich nach einer weiteren Werbepause reden mit Florian Duski, dem Staatssekretär für Digitalisierung, aber auch langjähriger Kenner, natürlich der Tiroler ÖVP. Und daher werden wir natürlich auch ein bisschen über Tirol reden, gleich bei uns hier im Club 3, meine Damen und Herren. Bleiben Sie dran. Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren, zum Club 3 mit Florian Duski, Digitalisierungsstaatssekretär, aber auch Tiroler. Sie waren, bevor Sie hier nach Wien gewechselt sind, Büroleiter von Landeshauptmann Günther Platter. Wenige Wochen später ist er zurückgetreten. Hat Sie das überrascht oder haben Sie vorher schon gewusst, dass Günther Platter gehen wird und sich sozusagen selbst ein wenig nach Wien abgesetzt? Also was in den vier Augengesprächen zwischen einem Büroleiter und einem Landeshauptmann passiert, bleibt natürlich auch dort. Außer es ist per Chat, dann geht es oft auch in die Medien. Aber der Landeshauptmann hatte gesagt, dass er sich auch mit Wegbegleitern ausgetauscht hat in den Wochen davor und ich war da einer davon, ja. Günther Platter hat angesprochen, dass er auch den großen Druck, den es gegeben hat, den medialen Druck, auch Drohungen, die es gegeben hat. Können Sie uns trotzdem ein bisschen erzählen, wie sehr leidet der Politiker, an dem sie sehr nahe in dieser Phase dran war, unter so einer Situation? Ist das was, was dann wirklich die tägliche Arbeit fast ein bisschen zum Leid macht? Wenn man Günther Platter kennt, Sie sind ja alle langjährige Beobachter der Bundespolitik. Sie haben wahrscheinlich ihn schon kennengelernt als Innenminister und als Verteidigungsminister. Na weiß man, der haltet schon einiges aus. Also es ist ja nicht so, als wäre Günther Platter zu diesem Zeitpunkt das erste Mal mit Drohungen oder auch massiven Gegenwind konfrontiert gewesen. Das hat er bereits kennengelernt, insbesondere als Innenminister. Die ganze Arigona-Zeit zum Beispiel, fiel ja damals zumindest zu Beginn unter ihm. Aber es hat sich einfach, und das hat er auch gespürt, in den letzten Jahren etwas verändert. Er war 36 Jahre in der Spitzenpolitik begonnen als Bürgermeister, Nationalrat, Landesrat, dann Verteidigungsminister, Innenminister und dann 14 Jahre erfolgreicher Landeshauptmann. Dann begonnen von der Wirtschaftskrise über wahnsinnig erfolgreiche Jahre für Tirol, acht Jahre Nulldefizit und dann eben die letzten beiden Jahre. Und die letzten beiden Jahre waren natürlich insbesondere in Tirol besonders schwierige Jahre, was die Pandemie betrifft. Viel darüber berichtet worden, viel darüber gesprochen. Die Pandemie hat ein bisschen in Tirol auch den Ausgang genommen. Die ersten Fälle waren dort, Ischgl, dann die Wintersaisonen, die abgesagt werden mussten. Jeder, der Tirol kennt, weiß, dass das eine Sache ist, die in Tirol einschlagt. Tourismus ist in Tirol etwas anderes als in anderen Gebieten Österreichs. Sehr, sehr viele Existenzen hängen davon ab. Dann die Zeit der Pandemie eben gefolgt auch mit der Südafrika-Variante, wo wieder ein Teil von Tirol isoliert wurde. Der Landeshauptmann dem verwehrt wurde, über das deutsche Eck zu fahren vom Ministerpräsidenten Söder. Das alles zusammen. Und dann natürlich sein halbes Jahr als Vorsitzender der Landeshauptleute-Konferenz. Wir haben heute schon darüber gesprochen, die Einführung der Impfpflicht, der Lockdown für Ungeimpfte. Drei Landeshauptleute. Das ist ein bisschen viel auf einmal. Ein bisschen viel auf einmal. Und dann noch Morddrohungen, persönliche Anschuldigungen von Bürgerinnen und Bürgern auf der Straße. Autokorsos, die gezielt am Zuhause mit über 150 Autos vorbeigeführt wurden. Dass dann ein Politiker einmal sagt, nach so einer langen und auch erfolgreichen Zeit mit 68 Jahren, es ist einmal genug und wir sorgen für einen ordentlichen Übergang. Ich glaube, das ist verständlich. Dabei wirkt er aber noch sehr fit. Also wenn ich den Vergleich anstellen darf, der Herr Schützenhöfer, der ungefähr gleich alt ist. Kein Vorwurf, aber der wirkt ein bisschen älter, würde ich sagen, als der Herr Platter. Ja, das ist ja mein subjektiver Eindruck, aber wahrscheinlich, ja. Und er hat noch, glaube ich, ein Jahr vorher angekündigt, verlängern zu wollen. Also da muss irgendwas in diesen, dazwischen in den letzten Monaten dann passiert gewesen, passiert sein, dass den Auslöser gespeichert wird. Das war sicher das letzte halbe Jahr. War das das letzte halbe Jahr? Das war sicher das letzte halbe Jahr ausschlaggebend dafür. Die ganzen Entwicklungen, ich habe es eben gesagt, drei Bundeskanzler, Impfpflicht, diese Anschuldigungen. Es war davor schon durchaus eine heftige Zeit für die Politik insgesamt. Wahnsinnig viel, dass wir in kurzer Zeit bewerkstelligen mussten. Aber das war dann sicher ausschlaggebend. Es war auch die interne Umfragensituation oder Umfragenlage, wo man sondiert hat, wo steht man gerade, eher persönlich, die ÖVP und sich dann entschieden hat, frischen Wind reinzubringen, oder? Ich glaube, zuletzt war es nur noch bei 32 Prozent. Also es gibt hier unterschiedliche Umfragen zu Tirol. Es gibt eine, ganz richtig, mit 32 Prozent. Es gibt andere aus der gleichen Zeit, die höher liegen. Wenn man Günter Platter kennt, nachher weiß man, er hat sicher keine Sorge, in eine Wahl zu gehen. Er hat das öfter gemacht. Man hat ihn öfter schon auf 30 Prozent geschrieben. Er ist dann mit 38, 39 Prozent gerade im Jahr 2013 weggegangen. Also das war sicher nicht der Grund. Mich interessiert jetzt, wenn wir darüber reden, über die Politik und was Politiker heute aushalten müssen, was vielleicht offensichtlich mehr ist, wo man dickere Haut braucht als früher. Wie gehen Sie persönlich damit um? Zum Beispiel auf sozialen Medien. Sie scheinen eher zurückhaltend zu sein. Ist das absichtlich, weil man auch sich gar nicht aussetzen möchte, der Gefahr eines Shitstorms? Also dass man zum Beispiel was twittert und das sind fünf Sätze und ein Ersatz wird aus dem Kontext gerissen und da heißt es dann feuerfrei. Den nehmen wir uns vor, weil der hat dann einen Halbsatz falsch gesagt, den schießen wir ab. Wie gehen Sie damit um? Wie geht es Ihnen damit? Was ist Ihre Strategie, Ihre persönliche? Also meine persönliche Strategie ist, dass ich eher ein politisches Thema habe, das hoffentlich in Österreich Konsensthema ist. Ich hoffe, dass niemand etwas gegen Digitalisierung hat. Ich glaube, dass das Bewusstsein sehr groß ist, dass die Digitalisierung in Österreich vorangebracht werden muss und soll. Und deshalb versuche ich hier gute Politik zu machen in einem Gott sei Dank sehr politisch unkonfrontativen Bereich. Meine Herausforderung ist, wie wir heute schon länger gesprochen haben, diese Dinge dann auf den Boden zu bringen und wirklich umzusetzen. Und darauf konzentriere ich mich. Aber auf Twitter wird man Sie eher nicht erleben, außer Verkündigungen, was umgesetzt wird. Nein, doch, wir planen auf Twitter zu gehen. Ich sehe da aber meine Aufgabe eher eben im technischen Bereich und in diesem Umfeld aktiv dann zu sein. Also es wird nicht um drei Uhr früh irgendwas frisch und fröhliches gezwitschert vor dann? Ich hoffe nicht. Aber warum geht dann ein junger Mensch wie Sie, der auch in der Wirtschaft war und erfolgreich in der Wirtschaft war, überhaupt noch in die Politik? Sie haben beschrieben, wie das dann enden kann, jetzt mit Günther Platter, mit Morddrohungen und Autokursus vor den Privathäusern. Was treibt einen dann an, in die Politik zu gehen? Ist es doch dieser Anspruch, Macht ausüben zu können? Will man vielleicht einmal Tiroler Landeshauptmann werden selbst, wenn man jetzt ein junger Politiker ist? Was streben Sie in der Politik an? Also wenn man sich meinen Lebenslauf anschaut, war das immer irgendwie ein Wechselspiel zwischen Wirtschaft und Politik. Ich bin ganz, ganz früh in die Schülervertretung gekommen, dann in die junge ÖVP, war dann in der Kommunikationsberatung, dann Startup, dann wieder Politik. Zuerst eigentlich als Pressesprecher eingestiegen, dann Büroleiter geworden. Aber es zieht sich natürlich schon die Politik auf der einen Seite und die Wirtschaft auf der anderen Seite wie ein roter Faden durch mein Leben. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, auch wirklich einmal selber zu gestalten, also nicht nur immer Ratschläge zu geben, sondern selber gestalten zu können, dann macht man das natürlich. Aber ist es, ich glaube, der Kollege hat das auch darauf ansprechen, abzielen wollen, das Schicksal des Herrn Platter, dieses Zermürbende, diese Drohungen, ob man sich das überhaupt antun will. Es ist ja doch ein aufreibender Job, könnte man vorstellen, 15 Stunden am Tag sind keine Seltenheit. Und will man sich das dann überhaupt antun, wenn man sieht, was das mit einem machen kann oder was die Leute dann mit einem machen? Also es gibt viele aufmürbende und sehr anstrengende Jobs. Auch bei Ihnen wird so ein oder anderes Mal so ein Tag keine Seltenheit sein. Zumindest kriegen wir keine Morddrohungen, oder nicht so oft? Ja, natürlich. Aber es ist nicht so. Es gibt wahnsinnig viele sehr anstrengende Berufe. Ich bin in der Situation, dass ich noch keine eigene Familie habe. Das heißt, ich kann mich also auch voll, ich lebe in einer Fernbeziehung seit acht Jahren mit einer Schweizerin, die in der Schweiz wohnt. Also ich kann mich sehr, sehr gut darauf konzentrieren. Wie fern? Wie fern? In einer Fernbeziehung? Also Ost- oder Westschweiz? In der Nähe von Zürich, im Zug. Also eine Schweizerin. Also das geht. Insbesondere jetzt ist es halt ein bisschen, aber vorher insbesondere sehr gut. Aber jetzt sind Sie ja in Wien. Das heißt, Sie müssen eher Wien-Zürich dann, das Thema. Es ist dann eher Wien-Zürich oder man trifft sich halt in Innsbruck. Ich versuche schon am Wochenende eigentlich viel. Mit dem Zug? Oder mit dem Auto? Innsbruck. Wir wollen natürlich, und darauf ziehen die Fragen jetzt natürlich ab, Sie sind einer der kommenden Männer in der ÖVP, einer der kommenden Politiker. Sie sind mit Claudia Plackholm, gehören Sie zu den Jüngsten im Regierungsteam. Wie tickt Florian Durski denn sonst auch noch? Schließender Balkanroute und Null Toleranz bei Migration zum Beispiel. Ist der Sebastian Kurz weg? Karl Nehammer geht von dem ein Stück weg. In den letzten Wochen hat man vor allem durch den Innenminister wieder gehört, dass man bei der Migrationspolitik jetzt die ÖVP wieder ein bisschen die Zügel anzieht. Wie stehen Sie zu diesem Thema? Zum Thema Migration? Ich glaube, das Schwierige an diesem Thema ist einfach, dass man unterscheiden muss. Ich stehe dazu, dass illegale Migration in Österreich keinen Platz haben darf und nicht toleriert werden darf. Ich stehe aber dazu, dass wir auch gerade wirtschaftlich, wir haben darüber zuerst gesprochen, wir werden den Zuzug von wirtschaftlichen Fachkräften zulassen müssen. Deshalb befürworte ich auch ausdrücklich die Ausweitung der Rot-Weiß-Rot-Card. Wir sprechen derzeit auch darüber, was Saisonets betrifft, weil wir einfach da unglaubliche Probleme haben. Man war kurz dazu restriktiv, weil er einfach wollte, dass die ÖVP nicht an die FPÖ wieder Wähler verliert. Und hat man hier dem Arbeitsmarkt vielleicht auch ein wenig geschadet, indem er gesagt hat, egal, wir wollen sozusagen keine zusätzlichen Orte in ihrem Land haben. Damals ging es schon hauptsächlich um die illegale Migration, die keine Chance haben soll. Und da befinde ich mich auf der gleichen Linie. Illegale Migration soll keine Chance haben. Es ist aber davon zu unterscheiden, einerseits von der Nachbarschaftshilfe, die wir auch bei der illegalen Migration immer von den umliegenden Staaten eingefordert haben. Hier sind wir jetzt gefordert, was die Ukraine betrifft. Und gezielter Zuzug aufgrund der wirtschaftlichen Situation. Straßenausbau, riesiges Thema zwischen ÖVP und Grünen in der Regierung. Gerade aus Tiroler weiß man, wie sehr man unter dem Transit auch leiden kann. In Tirol gibt es andererseits auf weiten Strecken den Hunderter auf der Autobahn durch das gesamte Imtal. Ist Gewässler aus Ihrer Sicht dazu straßenfeindlich, zu autofeindlich unterwegs? Es gibt in den verschiedenen Regionen verschiedene Herausforderungen. In Tirol zum Beispiel haben wir relativ wenig Straßenprojekte, die jetzt benötigt werden und Tunnelprojekte. Aber haben wir schon, einfach weil wir intelligente Verkehrslösungen brauchen. Hier ist der Chilgan-Tunnel ein Thema. Also jeder, der in den letzten Tagen die Verkehrsnachrichten hört, der hört von der berühmten Fernpassroute, wo es täglich staut. Bei diesen Themen benötigen wir Lösungen. Wir bauen seit Jahren jetzt erfolgreich den Brenner-Basistunnel. Das wird hoffentlich ein Game-Changer sein, wenn es um die Transitroute trifft. Also diese Dinge sind sicher sinnvoll und das gehört jeweils im Einzelfall beurteilt. Wenn wir den Themen-Rap fortsetzen, Windrad am Berg? Lieber Wasserkraft im Tal. Wo gibt es denn Tirol? Es gibt in Tirol zahlreiche Erdüchtigungsprojekte von großen Wasserkraftanlagen, wo man zusätzliche Seen baut, das Ganze ausbaut. Das ist sehr, sehr hilfreich. Ich persönlich sehe das Potenzial jetzt gerade im Westen, in Tirol, in der Wasserkraft und nicht in der Windkraft. Hat das auch damit zu tun, vielleicht banaler Einwand, aber auch mit ästhetischen Gründen. Also für mich wirkt es so, ein Windrad auf einem Berg ist was anderes. Ich bin in der Nähe vom Machfeld aufgewachsen. Es ist ein lauter Ebenen, da sind die Windräder, wenn ich das sagen darf, eine Behübschung. In den schönen Bergen eher nicht. Also es sind ästhetische Gründerspiele auch eine Rolle. Ich bin begeisterter Bergsteiger, Skitourengeher und Co. Für mich ist ein Stausee, der teilweise auch schon toll genutzt wird, auch touristisch genutzt wird, zur Erholung genutzt wird, bei Weitem ästhetischer und schöner als Windrad. Aber es wird vielleicht nicht ohne Windrad und Wasserkraft gehen, weil wenn wir die ökologische Energiewende schaffen wollen, wird es sich wahrscheinlich nicht ausgehen. Aber warum gehört sich Windrad am Berg? Windkraft bedeutet auch nicht immer nur diese großen weißen Räder, die wir jetzt kennen. Es gibt fantastische Projekte. Ich habe gerade darüber gesprochen. Jeder, der über die Europabrücke in Tirol gefahren ist, weiß, dass es da immer unglaublich bläst. Und jetzt gibt es zum Beispiel bei solchen Brücken, gibt es die Projekte, dass wir dort kleine Windräder aufstellen, die das nützen. Ich glaube, das sind wirklich sehr gute Möglichkeiten, die Windkraft zu nützen. In Tirol und im Westen haben wir unglaubliches Potenzial von der Wasserkraft. Warum? Weil es einfach topografisch vorgegeben ist. Wenn Sie von oben auf Tirol runterschauen, nachher sehen Sie dort Berge, nachher sehen Sie dort Regenfeld, Schneefeld, bleibt oben drunter. Und diese Wasserkraft gehört genützt, genauso wie in Gebieten, wo viel Wind ist, das genützt wird. Schwarz-Blau oder schwarz-grün? In Tirol sind wir, in Tirol habe ich fünf Jahre jetzt die Regierung, auch als Büroleiter, die Regierungsarbeit mitkoordinieren dürfen. Und das schwarz-grün, das hat hervorragend funktioniert. Gibt es einen Unterschied eigentlich zwischen der Tiroler schwarz-grünen Zusammenarbeit und der schwarz-grünen Zusammenarbeit oder der türkis-grünen Zusammenarbeit? Du hast schon voll umgestellt auf schwarz, das ist ja stalle. Das ist mir das dran gewöhnt. Ja, gerade, es gibt ja auch Tiroler Elemente da in der Bundesregierung. Ich arbeite zum Beispiel hervorragend auch mit der grünen Klubobfrau, die Tirolerin ist, zusammen. Also an der Qualität der Zusammenarbeit merke ich eigentlich keinen Unterschied. Okay. Ein Tiroler ist Alexander van der Bellen. Wird der ihre Stimme kriegen oder ist es schwer für einen ÖVP-Politiker, einen ehemaligen grünen Parteichef zu wählen? Ich kenne ihn bereits natürlich insbesondere aus den letzten fünf Jahren. Er ist zufälligerweise in die gleiche Schule gegangen wie ich, natürlich zeitversetzt um einige Jahre. Von daher kennen wir uns nicht. Mittlerweile ist ja auch heraus, dass die österreichische Volkspartei keinen einzigen Kandidaten aufstellen wird. Es gibt, das ist jetzt auch nicht zu verstehen, keine offizielle Wahlempfehlung der ÖVP, aber meine Stimme wird er bekommen, ja. Ist es richtig, dass die ÖVP niemanden aufstellt? Man gibt doch einige Monate oder Wochen jetzt das politische Feld der Diskussionen sozusagen dann ja auch ein wenig auf. Ich glaube, es ist eine sehr pragmatische und kluge Entscheidung. Es gibt also aus meiner persönlichen Sicht auch die richtige Entscheidung, jetzt hier niemanden aufzustellen. Weil man keine Chancen hätte. Aus meiner persönlichen Sicht, wie gesagt, kann ich hier nicht für die Partei sprechen. Aber aus meiner persönlichen Sicht ist es die richtige Entscheidung. Und da ich ihm ja auch die Stimme geben werde, vielleicht erklärt es das. Okay, gut. Vielleicht abschließende Frage jetzt nochmal zur ÖVP. Karl Nehammer hat in Interviews in der letzten Woche angekündigt, er möchte die ÖVP auch, was die Finanzgebahrung betrifft, auf neue Beine stellen. Da sollen auch Daten besser verknüpft werden. Das passt ein bisschen auch in ihr Thema, weil es einfach von Gemeindepartei bis zur Bundespartei, von den Bünden etc. unterschiedliche Finanzströme gibt. Ist dieser Schritt aus Ihrer Sicht notwendig? Zweitens ist er auch umsetzbar, weil es gibt ja hier Bünde, Obmänner, Landespartei, Obmänner, die sehr auf ihre Finanzen schauen. Aber bedarf es aus Ihrer Sicht diesen Schritt, dass die ÖVP in der Finanzgebahrung hier einen Schritt in Richtung mehr Transparenz macht? Ich glaube, dass sich Strukturen, die gewachsen sind und gut gewachsen sind, immerhin haben die Teilorganisationen, die österreichische Volkspartei gegründet, aber auch natürlich immer überprüft werden müssen auf aktuelle Gegebenheiten. Der Karl Nehammer hat da konkret angesprochen, dass er natürlich auch medial immer verantwortlich gemacht wird, wenn ganz unten etwas passiert, auf Gemeindeebene oder auf anderen Ebenen. Also, dass er da den Wunsch hat, auch nach einem besseren Informationsmanagement, ich glaube, das ist verständlich. Und notwendig aus Ihrer Sicht. Sie glauben, dass ein Bundesparteireferent, ein Finanzreferent der BundesöVP künftig Einblick in die Buchhaltung der Tiroler ÖVP bekommt? Diese Entwicklung kann ich jetzt nichts vorwegnehmen. Das ist auch eine Entwicklung, die gerade stattfindet. Aber natürlich, der Bundesparteiobmann hat hier die Gesamtverantwortung. Abschließende Frage noch. Tiroler Digitalisierungsstaatssekretär. Fahren Sie auch virtuell Ski oder nur weiter in echt? Ich fahre, also ich bin jetzt, komme immer weniger dazu natürlich. Ich fahre aber noch in echt Ski. Bei mir ist es aber eher nachher das Skitouren gehen und dann abfahren. Das ist das, was mir ehrlich gesagt am meisten an Tirol aktuell abgeht. Früher war es für mich möglich, noch später abends nach der Arbeit um 19 Uhr schnell auf einen Berg zu gehen oder auch eine Nachtskitour zu machen. Das ist in der Wiener Umgebung. Genau. Das geht dann natürlich leichter. Also Apres-Ski war nie Ihr Thema? Nein, Apres-Ski war nie mein Thema. Und wenn es im Herbst zu einer neuen Corona-Welle, zu einer gefährlicheren Corona-Welle kommt und wieder ein Lockdown auch für die Tiroler Wirtschaft, für die Industrie, für die Ski-Industrie in der Regierung diskutiert wird, wird es denn eine laute Gegenstimme von Ihnen geben? Wir haben heute noch nicht über Corona gesprochen. Prinzipiell ist so eine Entscheidung immer zu treffen aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen. Ich stehe auch hinter diesen Entscheidungen, die in den letzten zwei Jahren getroffen wurden, weil zur jeweiligen Situation die Situation so war, in den Krankenhäusern insbesondere, und die Trostszenarien so waren, dass Maßnahmen zu treffen waren. Wenn es wieder solche Szenarien geben sollte, wird man wieder über Maßnahmen nachdenken müssen. Wir sehen aber aktuell, Gott sei Dank, dass sich die Mutationen nicht so entwickeln. Florian Turski, ich glaube, wir haben viel über Sie persönlich heute erfahren, über Ihre Vorhaben, die Sie im Digitalisierungsbereich haben, auch viel über die ÖVP. Ich danke, dass Sie zu uns hier ins Club3-Studio gekommen sind und mit Erich Vogel von der Corona-Zeitung und Clemens Neuhold vom Profil und mit mir diskutiert haben. Herzlichen Dank fürs Kommen. Danke Ihnen. Und Ihnen, meine Damen und Herren, danke vielmals fürs Zusehen. Wir sehen uns nächstes Wochenende wieder mit einer neuen Ausgabe des Club3 hier auf KRONE TV und auf SHOW TV. Schönen Abend noch. Wir sehen uns nächstes Wochenende wieder mit einer neuen Ausgabe des Club3-Studios. Wir sehen uns nächstes Wochenende wieder mit einer neuen Ausgabe des Club3-Studios. Wir sehen uns nächstes Wochenende wieder mit einer neuen Ausgabe des Club3-Studios. Wir sehen uns nächstes Wochenende wieder mit einer neuen Ausgabe des Club3-Studios. Vielen Dank.